Mist, jetzt sind wir im Arsch, Mann. Cherry, kannst du uns nicht irgendwie helfen, Mann? Hilf uns, hilf uns doch. Ryan, wolltest du bitte damit aufhören, einen Sack voll Sand anzubeten? Hör auf! Ja. Wenn wir die Mäuse nicht auftreiben, sind wir für immer erledigt. Dann sind wir tot! Yo, Thurgood, hau deinen Kumpel doch an, der soll uns die Mäuse leihen. Der wohnt doch jetzt schon eine Ewigkeit bei uns. Mann, das ist Brians Kumpel, nicht meiner. Ich kenn den gar nicht. Was für ein Tag ist heute? Sonnabend. Januar? Nein, wir haben August. Wow, August. Hey, Jungs, es war nicht zu überhören, dass ihr euren Gewinn verdoppeln wollt. Warum raubt ihr nicht das Labor aus? Morgen ist Sonntag, jetzt wird keiner da sein. Geht hin und räumt den Laden komplett aus. Das klappt. Ich verspreche es euch. Hey, äh, uns fällt gerade auf, dass wir nicht wissen, wer du bist. Du machst nicht zufällig irgendwann einen Abflug. Zurgut, wieso willst du eigentlich nicht erst das eine zu Ende bringen? Mir geht's bestens. Jetzt musst du erst mal den Überfall durchziehen. Wow.